Diese Rose hier, diese Stachelrose an den Menschen da. Ja, die kann man sich vielleicht verdienen oder nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wie. Ja, ich auch nicht. Mütze, Klamotten, Extras, Haustiere, haben wir nicht. Gibt immer noch keine Haustiere. Mhm, die müssen wir uns auch verdienen. Ach, oh, ich weiß, wo, wie war, wo, was, wieso, weshalb, warum. Warum? Das zeige ich dir, erkläre ich dir gleich. Ich bin Besatzung. Deine Rolle ist Besatzung. Das soll ich dir glauben. Schön, dass die mir das zweimal sagen. Ja, ne, wenn man doppelt unglaubwürdig wird. Äh, natürlich, ich muss Schilde machen. Der Schutzengel hat kürzlich jemanden beschützt. Was ist das alles für... Ach so, das sind diese Namensdinger da, die man benutzen kann. Mhm. Interessant. Bockhäule wird 21 und das war's. Ähm. Ach so, schwarz ist der Schutzengel. Ja, ich blick gar nichts. Die sprechen alle Kontakt durch. Oh, der liegt. Wo? Im Fernsehen. Ach so. Auf der einen Seite vom Tunnel liegt kein Schnee, auf der anderen Seite vom Tunnel liegt ganz viel Schnee. Interessant. Was hat der mit seinem Aufholen? Oh oh. Das Kind wird wach. Aha. Okay, es schlägt weiter. Schade. Ich muss sie gleich noch umbetten. Okay. Ja, später. Was heißt später? Wenn ich auch ins Bett gehe. Ja, wieso? Irgendwann. Was heißt irgendwann? Äh, dann bin ich ins Bett gehen. Also. In drei Sekunden. Okay, tschüss. So, das war's mit Among Us. Wenn's euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst die Glocke da. Tschüss. An Scherz. Ich muss nach Electrical. Kill, kill, kill. Ich muss auch nach Electrical. Dann tue dieses. Musst du da jemanden töten? Nein. Bin kein Imposter. Ja, ja, ja. Okay. Mach ich jetzt mit Upload. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, doch. Ich würde es ja gerne wendend durch die Gegend düsen, aber... Dann bin ich sass, wenn ich wendend. Hi. Bist du Ingenieur? Yep. Exek. Schon wieder? Ja. Ich liebe halt den Schacht. Äh, Pink hat mich grad getötet. Okay. Pink hat dich getötet. Also, Aminga. Was? Bei mir war ein Schutzschild und trotzdem bin ich tot. Oder bedeutet das nur, dass ich tot bin? Weiß ich nicht. Nee, die anderen beiden haben das nicht. Dann habe ich echt einen Schutzengel gehabt. Ja. So. So. Überspringen. Überspringen. Oh, ich hätte Amiga wählen. Der einfach mal Level 21, ey. Echt? Ja. So, tifte. Schaffen wir auch noch. Bis Level... So ein paar Runden spielen. Bis Level 1000 oder so. Ja. Gleich, wenn wir wieder im Hauptquartier sind oder wieder teils, ne? Ja. Musst du zum Kosmetiktisch gehen und ganz nach rechts zeige, sag ich dir gleich. Und dann kannst du sehen mit den Leveln. Okay, ja, warte. Ja, warte muss ich... Jetzt hier in dem Raum? Nein, wenn wir fertig sind, dann runde. Achso. Kind. Bin fast fertig mit Tasks. Wo bist du? Weg. Warum? Ich hab dir Schutz gegeben. Ich bin ein Schutzengel. Ich seh nix. Oh, Sauerpotato ist gerade gewendet. Aminga kann dich jetzt nicht töten. Achso. Ja, und Sauerpotato ist gerade gewendet. Aber die können dich beide nicht töten. Da ist noch einer gewendet. Alle wenden hier vor sich hin. Ich schütze dich jetzt. Bam, 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 bam. Ich wollte dich töten. Der Schutzengel hat kürzlich jemanden beschützt. Wusstest du gar nicht, dass ich Schutzengel bin? Achso, ich bin nur ein Schutzengel, wenn ich tot bin. Also hab ich ja doch ne Aufgabe. Wow. Kann eigentlich nur einer Ingenieur sein? Das kann man einstellen. Wir können ja gleich mal bei Europa ein bisschen Sachen suchen, ob wir da was finden, die alle Deutsch können. Ich glaube, ich hab vergessen, das auf Deutsch einzustellen. Wir sind ja außerdem irgendwo reingegangen. Weiß ich nicht. Hast du denn eins auf Deutsch stehen? Nö. Oh, toll. Jetzt wollen die mich alle umbringen, die Imposter. Wenn die dich nicht töten konnten. Man ist richtig beschützt. Gut, ne? Ja. Kann das jeder Tote oder kann das nur ein Schutzengel? Ne, das können nur zwei gerade. Achso. Das sieht man dann, weil die Flügel hinten dran haben. Ach ja? Bei mir haben die drei, sie sind drei Flügel. Achso, ja, bei mir. Hä? Dann kann jeder, der tot ist, kann dann. Ne, zwei sind ja tot und können das nicht. Ja, bei mir haben alle drei Schutzengel. Ja, dann müssen wir gleich mal bei den Einstellungen von dem gucken, ob der das gemacht hat. Ja. Ich bin unter anderem auch fertig mit Tasks. Also wer ist denn jetzt zu 100% safe? Ja, ich muss noch meine Tasks machen. Ich bleib jetzt bei Elo. Elo ist bestimmt safe. Musst nur noch Reaktor starten und dann kann ich dich weiterhin schützen. Hm. Wie ich hier mit meinen Flügeln rumfliege. Ja, tüfte. Oh Gott, die Tasks hasse ich ja. Ich bleib bei Elo. Ich bleib bei Elo. Und Amiga ist auch dabei. Amiga. Komm, Amiga. Amiga ist Imposter. Amiga töte. Töte Elo. Dann kann ich reporten. Wir haben gewinert. Das war meine letzte Tasks. Ja. Ähm, hier, wenn du jetzt zu dem Ding gehst, bist du da? Ja, warte, ich bin gerade noch bei Levelaufstieg hier. Gehst du zu Garderobe? Und ganz oben ist so ein Ding mit vier Würfeln, neben dem Sprechending. Ja, da war ich auch, aber da kann ich nichts von Leveln sehen. Ja, und da ein Cube ansehen, ganz unten rechts. Ja, da steht nichts von meinem Level. Das sind die ganzen Dinge, die man erreichen kann, keine Ahnung. Die kann man erreichen, aber wie kann man die kaufen? Indem man diese Scherben kriegt. Ja, kriegt man die. Oder müssten wir dafür in Mira sein? Ich hab keine Ahnung. Ich klicke mal auf Aktivieren. Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Vielleicht bringt das ja was. Es geht los. L-O-S Und ich bin Besatzung. Ich bin Besatzung. Deine Rolle ist Besatzung. Deine Rolle ist Besatzung. Er fülle deine Aufgaben. Nett, nett, nett. Karte 10. Nö. Dann hab ich nicht die Tast. Ich hab Müll. Schacht putzen. Wow, macht das. Nur wenn der Imposta von der ist. Nö, in Chill ist da selten jemand drin. Ich hab Errungenschaft freigeschaltet. Unmögliche Aufgabe. Blau ist auf jeden Fall safe. Der hat gerade Asteroiden gemacht. Zigarette. Wir sind voll die Neulinge sind unser... Oh, da ist ein Level 1er. Oh wow, wir sind nicht alleine. Und wir sind auch noch Level 3. Wir sind ja doch nicht so ganz alleine. Da ist ein Level 1er dabei. Ja, aber wir sind jetzt 2. Mit den ganzen Dingern hier wirkt das viel bunter irgendwie. Ja, ne? Eigentlich Kostüme sehen voll cool aus. Irgendwann hab ich die auch. Wie die so Smileys auf den Augen haben. Ja. Bei Stoop Flip und Curly. Curly, ja. Die haben so komische Smileys auf den Augen. Ich weiß. Ich hab geskippt. Wer hat Trash? Ich? Hab Trash. Achso, wollen die die jetzt alle zugucken? Hm, weiß ich nicht. Ah, nee, das ist bei dem anderen Pink. Ja, aber ich kann doch auch Müll machen, nenn. Könnt ihr doch auch... Boah. Alle quetschen sich ins Überspringchen da rein. Keiner weiß. Das ist ja so möglich, äh. Nicht Corona-konform hier. Nee, definitiv nicht. Oh, ich hab's gähnt. Oh, wow, happy birthday. Thank you very much. Oh. Was denn? Lass mich raus. Oh, also gesehen, ich bin safe. Weißt du Bescheid, ne? Nee, hab ich auch grad gesehen und ich hab's gähnt. Dann lass dir dich scannen gehen, tun, machen, du. Ja, ich geh mich jetzt auf's gähnt. Okay. I'm following you. Ich folge dir die ganze, ganze Zeit. Ich dachte, du folgst mir. Ja, Jenny will grad Müller machen. Jenny ist auch safe. Ähm. Wer war das jetzt? Wer war das? Ähm. Jenny? Jenny? Echt? Warum antwortest du mir nicht? Weil ich im Schreiben war. Ach so. Aber wer war das? War das das andere Pink? Wie heißt der komische Grüne? Weiß ich nicht. Dann guck doch eben drauf. Ich kann's nicht sehen, ich bin am Schreiben. Ja, ich war grad auch am Schreiben. Sorry. Steep Flip. War doch in Camps, ne? Ja. Ja, Security heißt das, aber ist ja das Gleiche. Ja. Ähm, wen wählen wir denn jetzt? Also gut, ich... Bitte überfordert, ich glaube, ich skippe. Ich wähle Good Soap. Okay, warum? Weil er direkt neben der Leiche stand. Ja, die standen alle da. Ja, aber da waren nur zwei andere mit uns. Ja, okay. Man könnte es nur die beiden gewesen sein. Ich war voll überfordert. Ach, das war schon schlimmere Situation. Weil wir sind ja safe, also müssen wir uns selber nicht verteidigen. Nee. Können wir unbehebend... Geh jetzt direkt zum Scannen. Ja, ich geh mit. Wir gehen alle mit. Dann gibt's ein Double Kill und wir sind alle tot. Keiner raus über... Hab ich niemals gedacht, dass der nackt so aussieht. Nett. Ja, der im Fernsehen von Berlin Tag und Nacht, der macht da mit. Ich weiß. So, Mimi ist safe. In der Tat. Jenny, team mit dir. Will ich gar nicht. Ich werde jetzt gleich getötet. Ich habe jetzt nur noch eine Task. Und du? Oh, ich habe auch noch Tasks. Ich habe total vergessen, meine Tasks zu machen. Wo bist du? Ich muss eine Admin. Ich folge dir jetzt einfach. Ich bin fertig. Okay. Ich habe mal vergessen, Tasks zu machen. Ja, ist so. Ich war damit so beschäftigt, herauszufinden, dass Good Soap der Mörder ist. Endlich. Nein, hallo, ich bin das nicht. Komm mit, lass gehen. Interessant. Ich schwöre, ich bin das nicht. Ich folge dir. Ja, das ist egal, wen die umbringen. Die anderen haben den Scan, Blau hat den Scan gesehen. Also, du bist safe. Wo bist du? Hast du noch Tasks? Ja. Die Frage ist, wer hat sich da verwandelt? Rot. Hab ich... Nee. Good Soap. Nee, das andere Rot. Aber das... Achterum. Red, me, grey. Dann ist es nur noch Good Soap. Ich habe echt das Gefühl, das ist Good Soap. Das hat sich erst bei mich verwandelt, ey. Ich meine, Good Soap ist einer. Ansonsten wüsste ich nicht mehr. Red, leaves, marron, brown und blind. Vor allem, wie dumm kann man sein und sich in jemanden verwandeln, der es gescannt hat. Ja, okay, aber man weiß trotzdem nicht, wer es war, ne? Nee, äh, wir wählen Good Soap zuerst. Marron first? Ja, ist Good Soap. Wer ist denn Marron? Der ist doch gar nicht dabei. Doch, Good Soap. Ja, dann wollte ich den. Wenn der jetzt raus ist, haben wir verloren. Wenn das kein Imposter ist. Oh, die wählen... Naja, wir haben drei Imposter, ne? Stimmt. Dann wäre es aber auch schon vorbei. Nee, wir sind noch fünf. Äh, sieben. Ja, stimmt, dann wären es vier. Ja, aber dann wäre es trotzdem vorbei. Nee. Ja, doch, dann wäre es vorbei. Scheiße. Die roten jetzt Dorito. Ähm, oh. Ich hoffe, ich lag nicht falsch. Scheiße. Bitte, 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 bitte. Ja! Immer dieser Moment, wenn man in die Unsicherheit kommt. Ja, ich kenne das. Warum ist der immer noch mimi? Ich finde das nicht cool. Ich bin link... Die da, wo ich jetzt drinstehe. Ja. Okay. Komm mit. Ich muss noch Daten. Navigation muss ich. Ja, da laufen wir ja gerade hinten. Nee, da rum. Oh, da war er. Oh, jetzt können wir schnell rennen. Rennen, rennen, rennen. Oh, so wird es der Nöte hier machen. Ah, ich weiß, wer das ist. Ja, und dann, wenn jetzt noch, dann ist braun. Das ist definitiv noch braun. Ah, null. Ah, okay. Ja, der ist immer noch zu mir. Ja, hier, Dorito. Oh, scheiße. Wer bist du jetzt? Ich bin das nicht nett. Wer bist denn du jetzt? Hier oben, oben. Oh. Hier oben bei dir. Da jetzt den Button drücken. Wählen, wählen. Nicht schreiben, wählen. Einfach wählen. Und wird verlassen. Ja. Oh, ich bin Überlebender. Und Sherlock. Ach, jetzt bekommen wir Mirapods. Level 3. Level 3. Fast 4. 182 Mirapods. Ah, so funktioniert das. Und jetzt können wir uns von den Mirapods mir nächstes was kaufen, ne? So, das war's mit Among Us. Wenn's euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst die Glocke da. Tschüss.